Hi, ich bin Alex. Ich habe bei der Zufall Logistics Group meine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung absolviert. Heute absolviere ich über Zufall mein Studium Logistikmanagement. Logistik bedeutet für mich Verflechtung und Kontakte zu Menschen auf der ganzen Welt. Die Branche verbindet Kulturen und zeigt, was in Zusammenarbeit alles erreicht werden kann. Die Einzigartigkeit der Wertschöpfungskette eines jeden Produktes macht die Logistik sehr vielseitig und abwechslungsreich. Mit jedem Produkt kommen neue Herausforderungen hinzu, welche nur gemeinschaftlich gelöst werden können. Davon möchte ich ein Teil sein. Logistik ist da, wo ich bin.